Was bedeutet das Wort genug für uns? Sind wir genug wenn wir groß sind? Sind wir genug wenn wir klein sind? Sind wir genug wenn wir auf eine Realschule gehen oder sind wir nur genug wenn wir auf ein Gymnasium gehen? Jeden Tag stelle ich mir die Frage ob es genug ist. Ist es genug was ich für die Schule tue? Ist es genug was ich für meinen Körper tue? Du bist genug Vielleicht hörst du es nicht jeden Tag und auch nicht so oft wie du es verdient hast. Aber es ist wahr. Du bist genug Du hast das Gefühl nicht den Erwartungen gerecht zu werden. Seien es die eigenen oder die von jemand anderen. Lass mich dich an etwas erinnern Du bist nicht perfekt. Du bist menschlich Du wirst hunderte Fehler machen. Doch das heißt nicht, dass du nicht genug bist Du wirst von deinem normalen Weg abkommen und einen Weg einschlagen, von dem du nie gedacht hättest, dass du diesen Weg gehen würdest. Ich wünsche zu Weihnachten für dich, dass du an dich denkst und dass du lernst genug zu sein. Denn ich finde dich toll so wie du bist. Ich wünsche dir, dass du dich in deinem normalen Weg bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020